Hallo und Willkommen hier zu Black Ops war neue Frau Muth voller Schokolade und hier ist Kenneth und ich rede mal kurz für Heiko, weil der kann wirklich nicht reden ja auf jeden Fall, wir haben jetzt hier eine neue Folge von unserem Black Ops 2 Marathon am Start nice kill, auf jeden Fall, ja, wir spielen jetzt Herrschaft, ein Lieblingsmoder, Flackerflagger, und ja jetzt kann Heiko mal eigentlich nicht essen, aber er macht das trotzdem und foltert mich, weil ich so nett bin und für euch auf mein Essen verzichte, während ich aufnehme aber, naja, Heiko ist nicht so sozial so ist doch besser, hm, so ist es gut der Herr Sack darf mein Lieblingsmoder spielen hm, verkackt ihn voll ich esse grad nebenbei noch ganz schlecht bei ähm, ah, was hat er eben gespielt? hier, äh, frei für alle ich esse, hallo ja, ich merke das wenn ihr euch fragt, wo wir so einen Marathon machen also es war Heikos Idee, die ich ganz geil fand äh, jo, und wir haben ja Ferien, wir haben ja Zeit, ne? na komm schon, fickte! ok und Heiko hat kleine psychische Probleme und deswegen haut das eigentlich rein Feind irritieren hat er da ich würd mal ne Flagge einnehmen fuck äh ihr könnt gar nicht sagen, dass ich schlecht bin weil ich spiel eigentlich PS3 und Heiko verkackt auch übelst also, und er ist ein PC-Spieler also, ich find's geil nein ich verkackt, nur weil das scheiße ist, es stehen zu bleiben das ist der schwulste Spiel muss überhaupt, weil das bleibt man stehen Wartmann in Call of Duty niemand einmal kurz, man jetzt wird jemand melodramatisch doch werde ich merke ich sobald ich jetzt boah, ich hab 05 kann noch nicht angehen aber dafür machst du auch nicht Punkte drohen Assist fickt dich, du links neben dir war einer da da hab ich ihn gesehen oder auch nicht aus dem Gefühl für Vorrede gut, Vorrede und dann hast du gleich Blitzschlag so geht es das sind meine ja Genies, ne? ja, ich hab da eben einen gesehen und hab sofort reflexmäßig kommt und ich hab den noch ich hab den noch ich hab den noch bekommen ich hab den noch das ärgerlich, du was kurz vor Blitzschlag, Alter ich weiß wie scheiße die Gamilie die Abschusssirien sind das ist Halko, nein, sagt das nicht Noo n 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 wo ist sie an welcher platzieren mussten engen gäng platzieren nein ich bin nicht mit welcher hast du einen abschluss jetzt sind wir rein der wächter feind hat A eingenommen ach so A ist da das ist schön geht die auf A irgendwie nicht was los hier ne will ich gar nicht ach so der teller steht am weg ich wundern nicht die ganze zeit vorrede vorrede habe ich ja echt steht ja nur spaß da heiko du bist meine intelligenz bolzen richter unterdrücken wächter unterdrückung kein tod ich blöd das ding bringt nichts sind das mach ich einfach mal sieg nun mal ein wächter zerstört zum schluss 3 zu sieben geschicht weiten bitte so schlecht was ist ich wusste doch da immer wächter unterdrücken ja wer ist der beste ja ja sie hätten halbzeit nach jetzt halbzeit ich darf noch weiter das ist ja hier wie das haben wir geändert runde zwei von zwei ja das ist immer noch so ein bisschen ungewohnt obwohl man das schon mal gespielt hat denkt man man kommentiert nicht dran auch er hat einen zipfel hab ich mich erschrocken ich habe mich voll erschrocken das ist ein lecker zwei flaggen eingenommen ich habe dafür noch nicht mal die drohne bekommen ist noch gegner da ja jetzt warten sie wieder spawnen ja so er sagt mir jetzt hunter killer drohne bereit zum einsatz er sagt mir jetzt hunter killer drohne bereit zum einsatz ja wahrscheinlich weil er so viel angesagt hat weil ihr so ja da kam ich nicht mehr wirklich weg wohin denn tun wir nicht Ah, jetzt nicht mehr. Das Blutschlag wieder. Einmal haust du da mal rein. Komm, lass das Ding fallen, lass das Ding fallen, lass das Ding fallen. Wieder Hunter Killer Drohne. So knicken, das hab ich gesehen. So ist doch besser. Erste Runde war komisch. Das erste, ich guck einmal aufs Radar gleich tot. So sieht das aus. Ja, bleib ruhig, Ansager. Ist das Ding feindlich? Ne. Shotgun, joo, fick dich. Und ich will jetzt erstmal B. Der Jens hat geschossen. Wir reden mir grad voll wenig. Ich konzentriere mich und du bist einfach nur faul. Ich rede irgendwie echt mehr, wenn ich spiele. Das ist ohne Scheiß. Nach ihm. Nach Heiko. Dann wollte ich doch noch. Aber so spielt man. Ja, ja, das ist ganz okay. Hey, ich haue, ja, da geht's so. Hier. Mein Pro-Abschuss. Auf dem PC wäre das für mich gut. Aber auf der Playstation wäre das auch für mich standard so. Ja, bist du vom Server? Ja. Du bist gut. Ja, ich bin gut. Erstmal Schokolade. Oh. Zocka. Jo, also. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von unserem Call of Duty Black Ops 2 Marathon. Und bis zum nächsten Mal. Ich schaue.